wenn du guckst jetzt komm ich hier nicht mehr beim ersten sprung hoch wir renken hier im kreis sobald Fido zu nah hinter mir ist habe ich voll den druck und schaffe mehr oh du hast den druck du spürst den druck in dir seitdem er hinter ihm ist ich stehe hier ja sauber 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 und bam so die Tür war hier links ne ne hier rechts und dann links glaube ich ja oh fuck 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 aua was wieso lustig ah ja diese blauen Dinger so ihr seid zu tritt alter schon wieder ja ja irgendwie lösen wir manchmal wirklich verfallen aus und Guido stellt schon wieder rein Guido wie kann man da jedes mal reinfallen ja es bleibt einfach stehen ey letztes Tag ging jetzt auch nicht so schnell los oh fuck ja aber passt auf die nächste Falle ne was war das erste Adler hier wurde noch nicht vertreten Hans wie viel hast du 327 gibt Guido das 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 ich muss nicht dass die Fahrt nein ihr müsst das erstmal auslösen ja ja aber ihr dürft nicht so weit weg von dem Ding aber ihr dürft nicht so weit weg von dem Ding ist der gelbe schon tot? nein nein sobald der gelbe tot ist mal gucken wo das Portal geht und direkt hin rein oh fuck ja das ist hier rechts glaube ich ah der Ding fuck das ne das bleibt nicht ja auch geht es meint die beiden sind auch ein Zufall los die heben den und eben nach rechts hinter dir ah da stehe er doch oooh was waren Netze? Netze bist alleine Netze bist alleine hehehe 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 willkommen bei Playroom hallo hier ist der Hans da ist ich der Dennis der Guido und der Senreis ja welchen? hier doch nicht hier bei Rossi auch nicht da hier ne oooh guck mal wollt ihr mich mal ausholen? hee komm ja nicht mehr raus lecker hee wie jetzt was rennt ihr? hehehe die Türen wollen uns ficken hee WTF Alter was macht ihr das? die Türen ficken uns die Türen ficken uns hehehe willst du mich verarschen? hehehe halloo boah ich komme wir haben nochmal da vorne Dennis ich komme ja dankeschön eh 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 so bitte jaaaa hier ist du hehehe hier ist er aber ich habe aber Schiss dass die Dinger hier raus kommen ich hab sie ich komme also auf gehts weil mich hab die Maske noch nicht einfach mal gesehen habt ihr schon mal euch warm gehüpft ja hier ist er hier ist er gegenüber von mir äh der erste Schlange ja ich verkack's heute im ersten Sprung hehehe oh Dennis kann man die Maske eigentlich auch durchspielen? die kann man auch durchspielen mhm deswegen brauchen bestimmt eine Stunde Zeit hehehe hey easy hallo Marvin wer ist jetzt eigentlich reingekommen? ravi na go alter einer macht es immer übel knapp ah kann es sein dass du auch runterrutscht von den Stühlen ja 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 passt auf die scheiß Dinger hier auf auf die blauen Dinger gell ja ja mach Platz da kommt der Hitler rüber oh fuck alter alter ihr stinkt alle das ist nicht in die Ecke das ist nicht in die Ecke oh ne 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 das ist random gut einfach um sie mir grad zu kacke alter ja kack dir auch nicht äh adler glaube ich glaubste wir hatten ja ja warte ich geh mal gucken nö was jetzt das Adler oder vorhin ne ne das erste war Schlange hab ich ja gesagt doch dennis wir brauchen hier die Flasche ja ich hab 400 noch was ich hab 315 dann nimmst du's Hans komm Hans Boah, ich mach mal nicht so viel Ebenberg-Geräusch, das YouTube-Aufnahme hier. Echt maaa, ist wohl langweilig oder was? Hey Olli, chill mal hier auf der Brücke hier. Olli, mein Handy. Join us, join us mal nach. Ja, dann wieder zurück. Ja, join us mal nach, ich bin ne Ding-Snapp, die ist voll geil. Ah, ich bin nemmere, blöder, blöder. Oh f... Ja, haben, haben, haben. Nice! Ach, scheiße, ich bin runtergefallen. Oh fuck, ich hab keine Murmel mehr. Da rennt sie einfach in das blaue Licht. Was für ein blaues Licht? Messer oder Messer? Ne, Messer, ne Messer. Ich hab's Messer. Alter, ich hab das Messer. Oh Mann, Ossi, Messer! Oh, Alter, einer hat so verlebt, ey. Jawoll! Toll. Oh, ich hab keine Munition mehr. Bring die um, bring die um! Ich hab keine Munition! Dann hol dir schnell Dings hier! Dann macht der scheiß Dinger auf. Was, die können draus. Oh, Alter! Du leck ich am Arsch! Sind wir alle da? Sind alle da? Ne, wir sind zu viert. Von 5. Äh, Schiede. ich drehe durch ihr seid schon vorgeräumt ja das haben wir gesagt da geht es ja auch lang naja das sind doch die wenigen wie komme ich hier drin ich habe noch nicht es kann aber auch sein dass du jetzt alleine spielst ich spiele gerade gar nicht du bist doch bei uns ich kann nicht starten hä? warte mal ich guck mal ganz kurz nach jetzt ist er hä? jetzt wird er nicht mehr mehr auf der Merck angezeigt vielleicht kann ich euch freuen jetzt wird er mir wieder auf der Merck angezeigt habt ihr Musik jetzt? ne jetzt soll man jetzt erstmal losfahren oder was? na wie geht denn das? da wäre einfach weh warte habt ihr jetzt weniger AP? bist du drin oder was? ne wär auf dem Fuhlnot oder? soll ich W drücken? soll ich W drücken? ich warte einfach ein bisschen verreckt kann mich nicht zocken ich kann mich nur lollosen aber jetzt ist der Ball bei dir ne ist der Ball bei dir gib mal Kille hinter der Konsole ein dann kommt sie vielleicht am nächsten hier zieh die Waffe da kommt ihr Alter da kommt ihr noch Alter ich treff ihn nicht ich seh keinen wie die nicht draufgehen alter uuuhuuh uuuuuhuuhuuh raussteig nochmal los ja genau steht nicht in der mitte also öfter Weil du nicht in der Mitte stehst Ja geh mal hin, was ist das? Nein! Ich bin in der Mitte! Ja? Passiert nix Äh Denk dran die Hände! Denk dran die Hände! Was ist mit dem? Nein! Alter! Ich bin nicht rum! Ich bin nicht rum! Geh da einfach mal kaputt oder was? Nein, nein, das ist nur seine Brett Und ich bin nicht wunderbar, hab irgendwie gebatten Ja und hinten das eh ne Guck da, guck da fallen mir bitte ab Ach, jetzt weiß ich wofür da hier übel ist, Leute! Was hab ich letztes Mal schon gesagt? Hektar Ich hab nen Hebel Ja! Ach, da kommt Gas raus, hast du den Hebel? Ja, ja Komm ich wieder rüber? Jaja, da hinten rechts, da könnt ihr Energie euch holen Wohin? Rechts Na da wo die Zombies rauskommen Hier, mein da, hier Hier passt nen Hebel rein, hier in der Wand Hallo, stecken rein Hehehe Hehehe Er hat gesagt, stecken rein Hehehe Stecken rein Oh, WTF, weil der hier so übel kam? Ja, wir hatten am wenigsten, ich hol's mir Du erzähl mal Wie soll am wenigsten? Na doch nicht Oh! Ich? Hey, kommt wieder Gas raus Oh, ficken Alter Hier müssen wir gleich das Glockman an den Klappen Na das geht aber nicht an der Seite dann Nee, wir müssen das Glockman an den Klappen Nee, wir müssen das Glockman an den Klappen Guck mal, wir müssen nicht auf die Balken der Klappen Alter! Oh! Du Pesser! Wer ist von mir gelaufen? Wenn du auf die Dinger raus springst, gehen die kaputt Nee, Guido, wir müssen nicht da auf diesen Nee, nicht da rum, nee, nee Nein, 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 Guido, nein Wohin denn sonst? Ja doch! Das Linke! Nee, das sind aber... Das sind aber... Ja, da geht's nicht weiter, Mann Ja, da sind nur drei Das sind nur die drei, hör auf! Ja, nee, macht mal Räuberleiter Ihr Dödel Ach, süße Alter, das haben wir dir für ihn gesagt Alter, ficken, ey Ich bin da noch über daneben, oder? Okay, der Mensch hat's nur, komm Krass! Geradeaus, geradeaus Nein, nein! Nein, da! Man kann Hier, kanns Sie hoch... TeureShaße Ich Hänge! Nein! Vollen vertically mal ganz unten, ne Tor über Kann ich hier auch hoch? Nee Roman! Ne, nur wenn du drauf hoch sprengst. So wie jetzt. Komm Guido, mach das jetzt an. Da, hier rechts. Ach du Scheiße. Rechts wird da nö. Ey Ficken! Ey, ey, oh Junge. Ey Guido, warte mal auf den Noob. Fick dich. Ey Mann! Ne Guido läuft weiter, das dauert Stunden. Ey Fick doch nicht! Was? Guck dir das an, Alter, ich rutsch jedes Mal weg. Ich guck bei Guido, Guido klettert offentlich. Oh, geil. Ey Mann Ficken. Alter, hast du was verpasst, Dennis? Ich rutsch jedes Mal weg. Dennis hätt bestimmt runtergesteint. Ja, was denn, Alter, jedes Mal rutsch ich weg. Ach! Nö, nö, nö. So, switch mal rüber. Dennis ist runtergepft. Aber was denn, Alter, jedes Mal rutsch ich weg. Oh. So, Guido. Also Dennis, ich warte. Äh, entweder da oder da. Also die frustrier'n das ist. Alter Haar. Wollen wir schicken. Ich zeig euch das. Merkst du was? Guido ist der Einzelne, der springen kann. Der wird ihn auch nicht abscheißen. Nun kann auch ein bisschen. Aber nicht so gut. Haha, der kleine Assasine. Ja, Mann. Ezio. Geh Ezio. Sogar zu weit gesprungen, Junge. Jo. Ah, kann ich ja nicht mehr angucken, Junge. Oh, ich geh da mal einen Pinkeln und einen Rauchen. Ein Pinkeln und einen Rauchen. Ein Pinkeln. Weißt du Bescheid, ne? Ja, Mann. Und auch unsere Zuschauer. Hahaha. Verdammensweise vergackst von diesem... Sauer, 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 sauer. Ja. So. Jetzt hier. Was? Was ist alles? So, sauer ist er live. Letzer. Na, bist falsch. Die andere Stadt, da hat er die Hebel. Ja, welchen? Den linken oder rechten? Beide. Hahaha. Das wäre so lustig, ne? Ey, 100%ig müssen wir das Zweitex nehmen. Ne, warte, bei was stand er jetzt? John's time is alive. Aber jetzt kann ich kein Hebel mehr drücken. Kann ich hier unerschubsen. Hier mit eh irgendwas schieben oder so? Ey, geht auch nicht. Wer ist denn John? Ich glaube, der Typ da vorne. Musst du vielleicht zurück? Oder unten ein Tor? Ah. Das Tor, unten das Tor offen ist. Ah, gut. Ja, Mann. Ja, Mann. Guck mal. Guck mal. Ja. Ja. Irgendjemand kommt zurück. Ja, und Letzer, du Fatscher. Kannst du dich mit dir aufmachen? Auf! Hä? Was? Geh wieder rein, geh wieder rein. Er hat doch gesagt, du bist no way back. Du musst auf die... Du musst auf die Dinger draufhelfen. Oh, oh, die Denker sieht böse aus. Ich werde nicht schlafen. Oh! Will leben? Ja, ja, ja! Ich bin gefangen. Oh mein Gott. Sieh das Ekel. Sieh das Eklige aus hier. Oh, na, alles welche mit Knacken war. Das ist die ganz alte Animation. Was die gerade gemacht haben. Waffen? Irgendwo? Ja, aber ist ein Lebenstrank. Warte, ich hab's umgehen. Haben vorne das Leben. Waffen. Ah, hier hat's ne... Hier, Waffen! Oh, wo, wo! Oh, wo, wo! Ja, auf der Bange. Oh, Gevolver! Oh, was? Gevolver oder Desert? Ja, nicht nur Desert. Nee, PS4-52. Nee, PS4-52. Was? Geh doch mal weg! Da kam so kleine Arschloch, die ich da... Geh doch mal weg! Geh, meh, 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 meh! Da kommt noch ein. Oh, ja! Alien! Noch ein! So, noch eins. Hä, seid ihr da runter oder was? Geil! Was ist das geil? Geil, 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 geil! Ich hab so ein Video. Was ist das? Ich hab's verpasst! Ne, die sind hier, da sind Sperre von links und rechts rausgedonnert. Oh, oh, da kommt hier Adolf. Martin! Und hier, den Fischern. Oh, Martin! Fick Fischlein! Mann, ich hab keine Money mehr! Oh, zum Glück war das jetzt Buggy und hängen geblieben. Ah! Oh! Du hast so einen Lack! Alter! Geil! Du hast so einen Lack! Wo bist du denn? Na ja, den ist wohl zurückgerannt. Aber da geht eine Money mehr, oder was? Na ja, was soll ich machen? Ich warte auf dich. Oh, hier, WTF! Oh, hier! Hier, OMP, OMP, BISA! Oh, nice! BISA oder mehr, gell? Na toll, ey, was ist denn das? 25 und eins? Nee, da sitzt du mal in so'n extra Magazin. Das hat noch nicht angezeigt. Gibt's ja echt was? Oh, nee! Ihr müsst ja dranspringen! Alter, da ist doch... Nein! Ja, toll wie ja! Alter! Voll noob, ey! Ich trau's dich nicht. Ich geh in die Ecke. Ich geh in die Ecke, du! Du Buggy! Durch halt, komm! Wie geht er hüpfen? Nerd hast du, gell? Am Ende duppen! Was ist denn das? Gut. Also, Guido, das ist dein Ding. Nein, das ist weggebrochen, Alter! Ich war drauf! Ja, stimmt, das ist weggebrochen, Alter! Ja, stimmt, das ist weggebrochen, Alter! Ja, stimmt, das ist weggebrochen. So, liebe Zuschauer, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis bald. Unsere Leute. Untertitelung des ZDF, 2020